Ich hab' immer zum Indianer geworden, einfach nur. What? Werderich, was möchtest du uns mit diesem Doten betallen? Ich hab' doch gerade gesagt, dass du bringst in die EU. Das ist ein Hilferuch, oder? Oh Gott, betonnen, danke. Man muss schon nur entvertieren, kann ich. Oh shit, oh shit. Ja, in dem Trench sind so 10 Leute drin. Ach so, well, das ist ja nicht D, sondern du, wo ich... Den mag ich gleich auch mit drauf. Ups. Wir spawnen nicht. Ich brauche ihn! Ne, das ist viel zu kurz geflogen. Ne, ne, die ist genau richtig. Oh my god! Dein Geackt, die überhaupt überleben. Fuck. Wie. Okay, okay, okay. Die war genau richtig. Da waren 5 Leute auf der Straße, alle mittlerweile tot. Braucht halt ein bisschen zu lang. Ja, ich wollt's auch wieder nach hinten. Oh, aua. Ich wollt' geneifed. Sorry, ich hab grad meinen Held umritschnacken Du saß einfach oben, Alter, in der Ecke Eckenkämpfer, das Original Oh Gott I'm so gonna die Oh die Shit, unter 4 Leute Ich hab'n Hälter begonnen Frederic ist tot Ja Diese Runde einfach nur geäußertet Ja, die ganze Zeit Wurde geäußert Wurde geäußert Ja Und ist ja auch ein super Anfang für die Zune 5 zu 3, ne Oh mein Gott Oh mein Gott Der Julian Spawn war nicht grad gut Ich hab'n halt mal nen Nating Äh Ja, das glaub'n der Englischof Ja, 312 mit dem ersten Striker Auch 4 Leute Okay Du Ich hab'n Sekt Ich hab'n Sekt Ich hab'n Sekt Ja, ich hab'n Sekt Ja, ich hab'n Sekt Ja, ich hab'n Sekt Ja, Marc, du One-Hitst ja Leute mit der Flare Also wenn ich die Direct-Hitst mit der Flare Dann alle One-Hitern Max kann's schon mit'n Raph'n Ja Das ist halt immer noch wenig, so was ist los Ja, da war ihr Blob Ja, da war ihr Blob Die konnte nicht ernsthaft immer noch hocken Doch, das sind immer noch welche Immer noch Blob, oder? Ich glaub'n Fredrik eigentlich nicht gleich Nein, nein, vereinzelt Nein, nein, vereinzelt Warte, wir müssen irgendwas tun Fredrik tut hier grad leise in sich rein Oh mein Gott, diese Imbanade Hahahaha 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 Die fliegt so komisch, dieses Leeres Hahahaha Geh' mal zurück noch 10 Hahahaha Ok, ja, töd mich, bitte Danke Ach, Fredrik Ich komm'n dich werfen, warte nicht, nicht, nicht durchdürmen Er hat den Wilds Leben Leicht sind jetzt nicht alle Bedanken WTF, Fredrik Was ist los mit dir? Oh Gott Ich weiß selber so viel Ich glaub'n er hat seinen Hack ausgeschaltet Er steht auf Schmerzen Oh mein Gott Ich bin jemand zurück, rennen wir leben Perfekt Oh Gott Ne, das schlusser Hätten wir wegen weg Hier Erster Kill seit 5 Toten Jetzt geht's raus Fredrik bekommt ja schon Deathstreaks in Battlefield Kommt ihr euch ne Elite-Klasse zugeordnet E oder D E oder D D D D Führer Offensichtlich D Ja, total offensichtlich Ja, oder? Also E ist scheiß zufrieden E ist scheiß zufrieden D ist Himmel auf Erden Ich find C besser Mann, was fliegt die immer so komisch, Mann Du kannst ja einfach straight in die Luft fließen und dann mit der Maustaste drücken, wenn du es hier auslösen willst Das geht? Ja, das geht, hab ich im letzten Sumperate ausgesehen Today I learned Today I learned Wow, ok, na gut Today I learned Wow, ok, na gut Today I learned Das wäre bei meiner Lage zu sein Dafür geht die Map auch immer auf Ja Vielleicht Weil du siehst ja dann diesen gelben Punkt auf der Maustaste rumfliegen, ne? Ach, gut zu wissen Ich hab da nie drauf geachtet Be aware of your surroundings I auf A oder B? Ich denke, er ist nicht Auf C Ey, bin ich auf C oder auf B? Natürlich C Ob das ich aufsichtlich mag Hier sind noch ein Brauch raus Ah! Ein HP, oder? Ich weiß nicht Ich? Ja, du Who Hello Block Enterprise Arm GL Vehicles From B Mitteln' Maustra Ja, so wie zerschönt Also Mitteln' Maustra Ach du Scheiße Max, ich würd eine close hier schießen. Ja, ich würd da dringend. Hier links, links. Nein, ich weiß. Du darfst schon okay sein. Ja. Der Murser da. Hat Hasrub schon einen geholt? Ich hab nicht mehr. Vorher hat er sieben Stück geholt. Ja, ich mein jetzt. Der war irgendwo vom Unlocker. Die haben sich zurückgezogen in den Trench entstanden. Ja. Weder. Noch der. Ups. Uuuuh, Leute, wie hat der mich nicht? Oh mein Gott. Das ist keine gute Idee, Junta. Ach, du Scheiße. Das ist totally fine. Hallo. Oh. Okay. Ja, es hat ungefähr geklappt. Ja. Der mit der Maus ist auch nicht meinst du? Ja. Wieder an der gleichen Stelle wie vorher. Und wieder 10 Leute. Wieder an der Meck. Ja, ich hab sie schon hier close geschossen. Ich dachte, ist das hier. Warte, da hinten die da sind. Ja, das ist Holz. Oh ja, cool. Okay. Da lag irgendwo, random, im Gering. Ja, ich hab das. Ich werde kein Damage bekommen. Oh ja, das killt mich jetzt. Oh ja, mich auch. Alter Kraft. Ja. Ja. Das ist wirklich clever sein, Kid. Er ist der NoobTube King. Endlich hab ich was für einen Markt gefunden. Das ist so wundervoll. Das ist so satisfying. Jeder eins. Ich weiß nicht warum. Das ist so gut. Trench Vader, better. Ist halt ein bisschen schade, dass du auch nicht aggressiv gehen kannst. Ist halt mit dem Himmel in deinem Leben. Da würde ich vorsichtig spielen. User disconnected. Der 2 AP der Typ. Der 2 AP der Typ. Oh, oh. Oh, oh. Oh, lol. Und einige Sniper. Nein. 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 Haben sie nicht mehr zu dir. Was du? Ja, wenn ich etwas sag kann, dann. Hör drauf. Wieso? Der ist schon aufgestorben. Zulizid. Ja, das ist korrekt. Ich hab mir jetzt echt erzählt, dass da hinten in dem Zirkel keiner mehr war. Oh man, der Rekwipe. Da, der Mörser, ey. Hier eine. Da eine, die Klasse. Wenn er jetzt bloß ist. Oh, Spotlight. Hm. Du meinst A-Rave. 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 Oh mein Gott. Oh Gott, Juli. Das war zu YOLO. Viel zu YOLO. Alles war's totally fine. Voll header. Ja. Ich hab ihn schon zweimal gehittet mit dem Obritz. Vielleicht müssen wir nachlernen, das jetzt hin. Ah, ich komm da jetzt nicht mehr trocken. Ah, geht der A-Sport? Ja, so auf B. In den A-Sport schießen. No. Da wird jetzt die Masse stehen. Hä? Oh mein Gott, das geht nicht instant darunter, wenn man es drückt, sondern es fliegt noch ein bisschen. Weil es nicht split on the drop hat. Okay, okay, dann muss ich dabei noch ein bisschen. Üben. Nächste Runde dann. Gott, das war ne dumme Idee. Oh mein Gott. Boah, ich hab da hinten trotzdem eingetrunken. Richtiger Krieger war. Richtiger Krieger war. Richtiger Krieger. Hinter uns, Juno. Der war fix hier eher so 7-12-jährig oder so 7-12-jährig. Pfff. Eigentlich alles, was mir nicht glücklich bleibt. Ja, also sein Bruder auch, natürlich. Nee, der läuft ja nicht vor die Tür. Ja. Aber man kann nicht mal, der sitzt in dein Zimmer ran. Der fliegt sich um und er sieht so deinen Spanzen und so. Zert mal wieder. Der hat sich zu... Irgendwie haxt auf dem Boden. Ja. Ich dachte mir, oh, schau dir jetzt Gemüse an. Das war dein erster Gedanke. Ich bin dabei. Ich bin kein Bock mehr, oder? Ja, schon, aber die werden halt gebase-trapped. Ich bin auch kein Bock mehr. Was ist das Ding für ein Drop, Mann? Oh, das ist eben der... Prohemisch gespott. B! Oh mein Gott, ich hab nur immer der bekommen von dem. Echt, jetzt voll gut senkrecht nach oben schießen. Ja. Gehst du noch einen? Oh Gott. Ach so, guck mal. Ach so, guck mal. Oh, Max Power, 604. Oh Gott, dummidepp. Ich geb mich da nicht. Ich f*** ab. Ich f*** ab, ich f*** ab. Soll ich mit dem Casual 4er-Kette, was ist das? Ja, stimmt. Das Traurige ist, ich bin erster. Leute. Warum seid ihr so kacke? Tja, danke. Aua. Ich bin einig. Damn. Das Parabellum. Nein. Leider 40 und das Parabellum. Fuck. Das mit den zwei Fliegen. Wings los, Relek. Spricht drin. Aua. Aua. Fuck, der Typ, über den mich lustig gemacht hat, der hat mich dreimal von seinen neuen Kills. Nicht gut. Ah, fuck. L3 17 hoch. Ich weiß nicht, weil ich so aufgeschoben bin in der Runde ist. Also... Wir haben eine, finde ich gerade, von mir. Ich auch. Oh, fast schon wieder tot. Aua Mark mit der perfekten... Spawn-Flair dahin. Oh mein Gott. Gerade einfach von den letzten 15 Kills waren 14. Cool. F***ing what. Ey, das sah so dumm aus. Ich kann die Gegner sogar gerade verstehen. Ich bin das scheiße bei der Hedgespräche eigentlich. So, da komme ich nicht so gut hin. Okay. Ich geh nach A. Ich geh nach A. Ich geh da ein, wo es viele Headshots gibt, finde ich. Also überall. Ja, ich geh da ein, wo es viele Headshots gibt, finde ich. Ja. Lass, die folgt ja einfach mal unauffällig. Daneben weg, neben diesen Fett. Bitch, oh fuck. Bitch, hast du 2.0. Ich hab Plan-Laf abgestockt. Und nix Zivilla, und nix Zivilla. Oh Gott, Zivilla. Ja, die ist zu weit weg, die kann nix machen. Clear Range. Schmacken. Die Aim-Bot tut uns alle weg. Geht nix durch, Leute. Ähm. Hier. Hier. I guess. Hör, die Villa! Da ist sie! Ich pusht sie noch. Nein! Oh mein Gott! Die sind einfach gerade so furcht. Stellen wir um hier rum. Echt? Ja, ich stehe hinter ihm. Und ihr vier bei ihm. Ich hasse mich. Sorry. Not sorry. Und wir pissen dir.